Es ist sicher hübsch, wenn man das Derby spielen kann in der Play-O-Viertelfinale. Ich glaube, da werden sicher einige Emotionen drin sein. Derby im Viertelfinal ist eine super Sache. Man wird viele Zuschauer haben. Es wird abgehen. Ganze sechs Mal sind sich die beiden Mannschaften in der Qualifikation gegenübergestanden. Die Bilanz zwischen den Flyers und den Lions ist mit je drei Siege ausgeglichen. Für Klota spricht nicht nur der Fakt, dass man in der Qualifikation 40 Punkte mehr holen konnte als die Lions, sondern auch, dass man dank der läuferischen Klasse mit Abstand am meisten Strafe rausgeholt hat. Die Zürcher Derbys unterliegen allerdings eigene Gesetze. Gerade bei Duell gegen den Kantonsrivals ist es der ZST Lions immer wieder gelungen, Emotionen ins Spiel zu bringen und damit Klota und Flyers aus dem Gleichgewicht zu manövrieren. Klota ist eine super Mannschaft, die an geschwindem Hockey spielt. Man muss einfach schauen, dass wir gut defensiv stehen und ein bisschen Körperbetont spielen. Sie sind gut besetzt und spielen solid und wir müssen einfach besser sein. Die letzte Play-Off-Serie hat es übrigens in den Viertelfinals vor drei Jahren gegeben. Damals haben die ZST Lions Klota Flyers gerade mit 4 zu 1 Sieg weggeputzt. Daraufhin sind sie Schweizer Meister geworden und das nach dem sechsten Platz in der Qualifikation. Läufer von Interesse τern ZDF Läufer von Interesse